... Das ist richtig. Mach das! Ja, ihr habt erstmal einen Huss år. Das ist eine gute Frage! Das hier ist mir klar. Ich würde mich so schlechtern! Das war untuk... Das war irgendwann mal der Huss an. Das war uns? Ich bin sehr gehalten. Jakob, du musst dich hier kaum ummachen. Ich bin echt schwer. Ja! Ich bin sehr gehalten. Ich habe ein bisschen gehalten. Lali! Mach! Ich bin nicht auf. Das ist so gut. Ja, vielleicht habe ich den Arsch. Oh nein. Ganz genau. Kommt schon. Mittelfraube. Geht mal jetzt jemand auf den Jakob drauf. So, endlich. So, drei Stück noch. Max? Max? Danke. Danke. Ja, Leute. Drei Gewinner? Es kann nur eine Trabe geben. Ja, genau. Okay. Der müsste einfach euch mal zusammentun und dann den Rest auch machen. Was soll denn das hier? Komm schon in Hamburg! Was hat denn mehr für Kraft? Was? Wollte mich darauf einigen lassen? Ja, ich kann nicht. Wollte mich da auch einigen lassen? Ja, das war doch einiges. Komm schon, Lukas! Komm schon, Lukas! Das ist halt schon fast wieder. Mega schwer, weil du... Komm schon! Komm schon! Komm schon! Doppelspitze! Ja, Doppelspitze, genau! Wir haben auch eine Doppelspitze! Das ist eine Züge, danke! Es kann auch keine tun geben! Können wir auch mal tun! Wir haben auch keine tun! Zuerst bist du zufrieden! Ich kann auch keine aufgeben! Komm, dann häng ich ja an! Wir sitzen mit den anderen drauf! Wenn du überhaupt auf den Kopf... Gib auf! Näh, jetzt! Ja, halt so! Super! Ja! Wuhuuu! 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 Wuhuuu!